Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Command & Conquer Remastered. Die GDI-Kampagne haben wir durch, entsprechend machen wir weiter mit der Bruderschaft von Nod. Nod wurde ausgewählt. Bitte warten. So, du bist also der Neue in der Bruderschaft. Na gut, ich bin Seth. Einfach Seth. Von Gott über Cain zu Seth. Ich bin seine rechte Hand und ich habe einen Job für dich. Das ist hier Nakumba, früher einer unserer leitenden Androiden. Doch er ist übergelaufen und verrät unsere Geheimnisse an die GDI. Schalt ihn aus. Ja, klingt doch simpel. Leserlich geschrieben. Und wir haben... Jawohl, Zahn! Die Verstärkungen sind eingetroffen. Keine Basis. Verstärkungen sind eingetroffen. Breche auf! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! So, dann schauen wir mal, ob wir den Suppenkasper hier einigermaßen schnell finden. Breche auf! Breche auf! Ich bin da mal durchaus optimistisch. Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! So, und solange die anderen alle immer rumrennen wie aufgeschöschte Hühner. Jawohl, Zahn! Kein Problem! Schon dabei! In Ordnung! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Schon dabei! So, geht auch noch. Haben wir keinen Verlust, Zahn! Das ist schon mal gut. Jawohl, Zahn! Hoffen wir, dass es möglichst lange noch so bleibt. Aber ich glaube, unser... Geht klar, Zahn! Geht klar, Zahn! Sorgenkind hier wird da schon versorgen, dass wir auch die Schnauze kriegen. Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Versteht auf! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Support, Zahn! Jawohl, Zahn! So, geht auch nicht über überlegene Truppenzahlen. Jawohl, Zahn! Schon dabei! Breche auf! Breche auf! Jawohl, Zahn! Bestätigt! Jawohl, Zahn! So, wo könnte der Suppenkasper denn sein? Schon dabei! Jawohl, Zahn! Wo könnte es sein, das war er jetzt aber nicht, ne? Jawohl, Zahn! War ja auch offensichtlich nicht, sonst wäre die Mission ja schon vorbei. Breche auf! Breche auf! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! So, heft mal schnell mit. Jawohl, Zahn! Dankeschön! In Ordnung! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Haben die Lümmel jetzt auch noch Fahrzeuge hier? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Breche auf! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Schon dabei! Jawohl, Zahn! Kein Problem! In Ordnung! Erstmal einfach, weil ich bei Not bin, ein paar Zivilisten abknallen. Jawohl, Zahn! Das gehört, soweit ich weiß, zum guten Ton bei Not. Jawohl, Zahn! Ja, eigentlich nicht, aber... Geht klar! Egal, ich hab's jetzt halt gemacht. Jawohl, Zahn! Weil ich's kann. Jawohl, Zahn! So, bist du das hier oben? Da ist er, der Lümmel! Und zack! Einsatzziel erreicht. Na, das war doch mal eine sehr kurze und dankbare Mission. Ihr Lieben, das war's schon! Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Oh! Hatten wir vorher schon diese Animationen? Nee, die sind neu, ne? Ja, der Aufbau hier ist neu gemacht, Tatsache. Ja, cool. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Siekowski! Tschüss, Siekowski!